Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Video auf meinem Kanal youtube.com slash störtepriest. Bitte unterstütze mich mit einem Song-Download, teile das Video gerne weiter, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere mich und was noch alles dazugehört, du findest alles in der Videobeschreibung und dann kommen wir zum heutigen Thema, nur ja heißt ja, dieses verschärfte Sexualstrafrecht in Spanien, da gab es ja jetzt eine hitzige Diskussion auf meinem Kanal, ich habe das Ganze ja bei meinem letzten Video schon angeschnitten und zu Zeiten von Gruppenvergewaltigungen bin ich erschüttert, was da auf uns zukommen soll und vor allem, wen das dann trifft. Jetzt muss man sich einfach mal fragen, woher kommen denn diese ganzen sexuellen Übergriffe und Gruppenvergewaltigungen in Deutschland oder in Spanien? Werden die wirklich alle vom einheimischen Michel begangen? Oder könnte es sein, dass der einheimische Michel, der sich jetzt so einsetzt für so ein verschärftes Sexualstrafrecht, dass es den dann selber trifft? Das Problem ist einfach, dass die Leute viel zu wenig verstehen und wenn es dann so weit kommt, ist es meistens zu spät. Und ich möchte jetzt, dass das nicht nur so leere Worthülsen sind, sondern ich möchte es dir zeigen. Was du dann da draus machst, das bleibt dir überlassen. Vielleicht sagst du auch, ich habe keine Ahnung, das siehst du nicht so, schreibst mir gerne in die Kommentare unterhalb von dem Video. Und folgendes habe ich gefunden, hier auf YouTube beim hessischen Rundfunk, neues Sexualstrafrecht in Spanien. Und die Rufe werden ja laut, dass wir das in Deutschland auch brauchen. Und jetzt erkläre ich euch, was das bedeutet. So, der Link da oben eingeblendet. Nur ja heißt ja. In Spanien wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Es besagt, dass alle beteiligten Personen den sexuellen Handlungen ausdrücklich zustimmen müssen. Was heißt denn das, dass alle Personen der Handlung ausdrücklich zustimmen müssen? Das ist ja erstens mal schon ein Problem. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Date habe mit einer Frau und da läuft etwas und die sagt einfach nicht viel, die macht einfach lustig und fröhlich mit, aber sagt dann hinterher, das war ja ganz schön, aber ich habe ja gar nicht Ja gesagt. Dann sagt man zu ihr, aber du wolltest das doch, du hast ja auch nicht Nein gesagt. Ja, das kann schon sein, aber ich habe nicht ausdrücklich Ja gesagt. Und darum hast du dich jetzt strafbar gemacht. Denk es mal drüber nach. Jetzt schauen wir mal, was dieser Anwalt da sagt. Der hat ja für mein Dafürhalten auch eine merkwürdige Auffassung. Das Neue ist im Grunde genommen, wer muss das beweisen? Vorher musste man sozusagen dem Täter nachweisen, dass das nicht einvernehmlich war. Heute muss der Täter oder sage ich mal der mutmaßliche Täter muss nachweisen, dass der Sexualverkehr einvernehmlich war. Und das ist auf jeden Fall krass. Das ist eine Beweislastumkehr. Und ich verstehe gar nicht, wie man sowas feiern kann, eine Beweislastumkehr. Wie das Beispiel gerade erwähnt, wenn mich dann eine Frau anschwärzt, muss ich beweisen, dass sie Ja gesagt hat. Und was ist, wenn ich sie frage und sie sagt Ja und hinterher sagt sie, sie hat nie Ja gesagt. Dann muss ich das beweisen, dass sie Ja gesagt hat. Wenn ich jetzt aber nicht immer meine Kamera beim Beischlaf laufen lasse oder meinen heimlichen MP3-Player oder Handy, welches irgendeine Tonaufnahme aufnimmt, wird schwierig und dann wird es auch wieder die Frage sein, ob sowas vor Gericht überhaupt gewertet werden kann. Und da ist man doch dann eigentlich eine arme Sau, oder? Das Besondere und das ist wirklich ein Quantensprung. Was ein Quantensprung? So ein Quantensprung hört sich ja so an, dass sich da was extrem verbessert hätte. Das ist kein Quantensprung. Das ist ein weiterer Schritt in Versklavung und ein weiterer Schritt in Willkür. Der Gesetzesentwurf ist eine Reaktion auf Gruppenvergewaltigungen, bei denen die Täter mit milden Strafen davon kamen. Ja, aber wer macht denn bitte diese Gruppenvergewaltigungen und wird es die nach diesem Strafrecht nicht geben? Gerade bei bestimmten Tätern, bei denen man noch nicht mal weiß, wer das genau ist. Wie will man die denn bestrafen? Ich sehe das viel eher so, dass ein erfolgreicher deutscher Geschäftsmann, der möglicherweise eine andere Frau hat und die eigene Frau dann eifersüchtig ist, da ein Problem kriegen kann. Oder eben so Sänger wie der Till Lindemann, bei dem sich möglicherweise dann Frauen darauf einlassen und dann hinterher sagen, sie haben ja niemals Ja gesagt. Und somit kann man dann alte, weiße Männer stürzen und zeigen, wie stark der Feminismus ist. Und das ist doch schon eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ich würde sagen, eine Sittenverderbnis. Und ich sage es euch auch gleich, wie es kommen wird. Es wird eher die deutschen Leute treffen, die erfolgreichen Leute und sicherlich nicht die, die diese Gruppenvergewaltigungen überwiegend begehen werden. Meine persönliche Meinung, aber was weiß ich schon. Die Urteile lösten Proteste in ganz Spanien aus. Eieiei, die Frauen da, wenn man schon wieder sieht. Die finden das dann gut, wenn wir Männer dann in kompletter Willkür da ausgeliefert sind. In Deutschland gilt seit 2016, nein heißt nein. Hier muss das Opfer beweisen, dass die sexuelle Handlung nicht gewollt war. So ist es auch richtig, das Opfer muss das beweisen. Alles andere, das ist aberwitzig. Und die Männer, die das am lautesten fordern, das werden die sein, die, wo es am härtesten erwischt. Denkt an meine Worte, wenn das wirklich kommt. Man kann vielleicht sagen, nach deutschem Recht haben immer die Opfer die Probleme und nach spanischem Recht haben jetzt die Täter die Probleme. Und das ist so. Ja, Täter, aber wir wissen ja gar nicht, ob es Täter sind. Die sagen halt einfach, das ist ein Täter. Und da es der dann meistens nicht beweisen kann wegen Beweislastumkehr, wird da als Täter gehandelt. Aber ich weiß nicht, wie viele unschuldige Männer dann in den Knast gehen werden. Sozusagen eine Verschiebung derjenigen, die im Prozess dann ein Problem haben. Braucht es in Deutschland auch eine Verschärfung des Sexualstrafrechts? Wir haben Studierende in Frankfurt gefragt. Studierende haben wir gefragt. Wie wär's denn mit Studenten? Ich find's auf jeden Fall prinzipiell richtig, weil ein Ja bedeutet für mich Ja und ein Nein, finde ich, ist nicht immer ein konsequentes. Ich will's wirklich nicht und das auch rüber... Die weiß gar nicht, was sie redet. Die checkt einfach nicht, auch wenn jetzt so Frauen sagen, aber ich mach doch sowas nicht. Ach wirklich? Das haben schon sehr viele Frauen gesagt. Und wenn der Mann dann fremdgeht und interessiert sich für dich nicht mehr und du bist dann vielleicht auch schon älter, da gibt's dann aberwitzige Situationen, in denen Frauen zu allen Mitteln greifen. Und warum sage ich jetzt immer nur Frauen? Bei Männern ist das teilweise auch so, aber für mein Dafürhalten sind Frauen nochmal viel emotionaler. Man sieht das auch bei diversen Zickenkriegen. Natürlich gibt's das bei Männern vereinzelt auch, aber eher nicht in diesem großen Stil. Und da ist dann oft nur noch alles emotional und jedes Mittel ist recht. Und das weiß sie doch gar nicht, wenn sie älter ist, wie sie dann da reagiert. Überzubringen finde ich an vielen Stellen eher schwierig Nein zu sagen, als zu sagen so Ja, ich möchte es. Also ich finde auf der Kommunikationsebene ist ein Ja eigentlich einfacher zu sagen als ein Nein. Ja gut, aber was ist jetzt, wenn die Frau einfach mitmacht und hat ihren Spaß oder sagt, red nicht so viel. Und dann bist du aber schon mit einem Bein im Gefängnis, weil du jetzt schon wieder in deinem Kopf darüber nachdenken musst, wie sicher ich mich da juristisch am richtigsten ab und muss dann nochmal nachfragen, willst du das wirklich? Du musst jetzt ein Ja sagen und wir müssen es jetzt auch aufnehmen, weil sonst kann ich es ja nicht beweisen. Mich an so einer Stelle auch, warum wir beispielsweise bei der Organspende oder bei, keine Ahnung, Internet-Cookies explizit zustimmen müssen, gerade warum wir da in Deutschland... Um Himmels Willen, ich glaube, sollte es der mal zu irgendwas bringen und hat dann mal eine Frau, das ist so ein Kandidat, den es dann höchstwahrscheinlich am härtersten trifft und der dann eventuell sogar noch in den Knast einwandert, wenn das Recht so kommt wie in Spanien, wenn dann alles als Vergewaltigung gewertet wird. Da hält sich mein Mitleid dann auch ziemlich in Grenzen. Also er vergleicht jetzt tatsächlich so eine zwischenmenschliche Interaktion mit Cookies im Internet, wobei das auch der totale Schwachsinn ist. Du gehst ins Internet, weil du Seiten ansurfen möchtest und jetzt musst du da tausend Sachen da erstmal bestätigen. Das weiß ich doch, wenn ich ins Internet gehe. Wenn ich das nicht möchte, dann lade ich mir doch so einen privaten Browser runter oder sag im privaten Fenster öffnen oder sag hinterher Cookies löschen. Wenn ich das selber nicht kann und nicht in der Lage bin, was soll denn der ganze Scheiß? Also ich finde das ultra nervig, wenn da immer steht, diese Seite verwendet Cookies. Wollen sie nur die Notwendigen oder wollen sie allen zustimmen? So ein Scheißdreck, das braucht doch kein Mensch. Das ist alles totreglementiert. Wir verbauen uns alles selber durch diese ganze irre Bürokratie. Und das Witzige ist, dann klicken sie immer noch auf so Seiten, wo sie dann einen Virus haben und dann ihr ganzes Geld verlieren. Oder fallen auf irgendwelche Betrüger-Mails rein. Da hilft der ganze Cookie-Hinweis nichts. Das ist so aberwitzig, so lächerlich einfach nur. Oder machen irgendwelche E-Mail-Anhänge von irgendwelchen Pornoseiten auf und wundern sich dann, warum der PC verschlüsselt ist. Oder haben überall das gleiche Passwort, meine Güte. So auf das Individuum achten, aber dann bei der Sexualität dann davon so stark abweichen. Was? Das heißt, ich gehe mit einer Frau ins Bett und ihre Körpersprache ist klar und sie macht mit. Sitzt dann vielleicht noch oben auf, während der Mann sagt, ich möchte dein Sattel sein. Überspitzt ausgedrückt, aber dann hinterher sagt sie, ich habe ja nicht ausdrücklich Ja gesagt. So eine Scheiße, Mann, was ich mir da anhören muss. So ein Dreck. Das Problem ist glaube ich halt, dass oft ein Schweigen auch nicht als Ja gedeutet werden kann. Das heißt... Ja, warum machst du dann mit? Dann hör doch auf und geh und sag halt einfach Nein, ich möchte das nicht. Also Frauen sind ja so stark. Wir brauchen eine Frauenquote, dass in die ganzen Chefetagen überall Frauen eingesetzt werden. Man sieht es ja zum Beispiel bei der Annalena Baerbock. Aber wenn man sich mit einem Typen datet, dann ist es auf einmal plötzlich ein Problem. Dann ist er da, wenn ein Schweigen da ist, dann traut sich die Frau nicht Nein zu sagen und macht halt einfach mit. Aber das ist ja dann kein Ja. Also kann man sich diesen Schwachsinn da noch anhören? Also ich finde es unfassbar. Ich finde es unfassbar. Vor allem sagen ja die Frauen von sich selbst, sie sind nicht in der Lage Nein zu sagen. Was sagt denn das über die selbst aus? Die sagt er jetzt praktisch in das Mikrofon, Frauen sind schwach, Frauen können oft nicht Nein sagen. Und auf der anderen Seite wollen sie dann irgendwie die Welt retten. Das heißt, wenn ich irgendwie betrunken bin, wenn ich nicht in der Lage bin, Nein zu sagen. Ja, aber warum bedrinkst du dich denn dann und datest dich mit jemand? Das geht doch dann bei dir schon los. Das ist doch irgendwie Selbstbewusstsein, Selbstwert, Verantwortung sich selbst gegenüber vor allem auch. Ich meine, ich bedrink mich ja auch nicht und fahr dann mit dem Auto 200 kmh auf der Autobahn oder fahr am besten gar nicht Auto. Das würde ich jedem empfehlen. Ich mag es auch nicht. Aber was ist denn das für ein dummes Argument? Und vor allem, was man noch dazu sagen muss, wenn eine Frau jetzt betrunken ist oder angetrunken ist, was ist dann, wenn die einfach leichter Ja sagt? Ist dann auch der Mann schuld, weil er dann vorher keinen Promilletest gemacht hat und den in so ein Formular eingetragen hat? Fragen über Fragen. Das ist so weit weg von der Realität, da klatscht man sich nur noch aufs Hirn, wie weltfremd die alle sind. Wenn irgendwie die Situation unklar ist und ich mir nicht sicher bin, möchte ich das wirklich? Ja, dann sagst du Nein und gehst. Danke, ich habe kein Interesse. Schön war's. Ciao. Und dann, wenn dich der Mann festhält oder dich nicht gehen lässt, dann ist es auch richtig, dass man den anzeigt. Dann ist das sexuelle Gewalt. Aber wenn die Situation unklar ist und du willst das eigentlich nicht oder bist dir nicht sicher, dann sag doch einfach Nein und geh. Wer zwingt dich denn dazu, dass du dann das mitmachst? Irgendwie die Situation unklar ist und ich mir nicht sicher bin, möchte ich das wirklich und ich nicht explizit Nein sage, heißt es nicht Ja. Und das... Um Gottes Willen, hey. Und so was will man dann so eine Frauenquote und so was als Chef einsetzen und dann so eine ganze Firma leitet oder so eine Abteilung. Ja, wenn ich da jetzt nicht explizit Nein gesagt habe, dann heißt das aber auch nicht Ja. Und so will man dann irgendwie raus in die Welt gehen mit irgendwelchen Führungsqualitäten. Das ist doch nur noch lächerlich und aberwitzig, oder? Also sowas, wenn meine Vorgesetzte wäre, wenn ich jetzt so arbeiten würde, die würde ich gar nicht für voll nehmen. Dann würde ich immer dagegen arbeiten, um der eins reinzureiben. Also ich persönlich würde das sofort merken und würde die halt komplett auflaufen lassen und immer alles so mit Absicht machen. Und ich denke auch, dass das bei den Männern dann auch so kommen wird, dass sich die das von den Frauen nicht bieten lassen werden. Allein schon wegen dieser ganzen Frauenquote. Also da könnte ich persönlich kotzen. Ist einfach auch am deutschen Strafrecht nicht genug gesichert. Ja, genau. Alles, was den Frauen zugute kommt, da muss man überall nachschärfen. Und bei den Männern, da ist ja alles scheißegal. Wenn es zu einem Krieg kommt, die Männer, die müssen dann vor an die Front, die werden verheizt. Oder so dreckige Arbeiten wie Kanalarbeiter, da reißen sich die Frauen ja dann auch nicht rum. Oder die ganzen Urlaube, die sie bezahlt kriegen von ihrem Partner, wenn jetzt einer gut Geld verdient und erfolgreich ist, der zahlt ja dann auch alles. Nicht immer. Also bitte nicht verallgemeinern. Es ist schon gut, wenn eine Frau auf eigenen Beinen steht. Aber das ist so ein richtiges Messen mit zweierlei Maß. So ein richtiges Bescheißen, so kann man es ganz ehrlich sagen. Wie so ein Spiel, bei dem man immer betrügt. Also wenn es den Frauen in die Karten spielt, dann muss man da nachschärfen. Da kann man dann auch irgendwelche Entscheidungen mehr oder weniger revidieren, wenn die sagt, ich habe ja nicht ausdrücklich ja gesagt. Bei den Männern, da ist ja alles egal. Die sollen immer als Sündenbock herhalten. Ekelhaft, ganz ehrlich. Jetzt kommt der schon wieder. Die Zustimmung am sichersten einholen lässt. Arndt Kempkens hat eine konkrete Idee. Ich wünsche mir einen Vertrag, den man tatsächlich vorher abschließt, dass man tatsächlich die Grenzen festlegt und dass man das einvernehmlich schriftlich. Ja, aber wie irre ist es denn? Hört sich der eigentlich selber zu, was er da sagt? Einen Vertrag. Ich date mich mit einer Frau oder bin mit einer Frau zusammen und muss jetzt mit der vorher einen schriftlichen Vertrag aufsetzen. Da habe ich doch dann gar keinen Bock auf das Sexuelle. Haben die überhaupt eine Ahnung von zwischenmenschlicher Interaktion? Und wie haben das denn die Menschen 1960 gemacht? Oder zu der Hippie-Zeit, Flower Power und so weiter. Haben die da alle einen Vertrag aufsetzen müssen? Mein Gott, also wir machen uns das Leben so katastrophal schwer mit diesem ganzen Bürokratentum. Und was ist denn dann, wenn du denn deinen Vertrag aufgesetzt hast? Da wirst du dann erstmal eine halbe Stunde davor sitzen, während du die ganzen Rahmenbedingungen da geklärt hast. Was ist dann, wenn es zum Akt kommt und nach fünf Minuten hat die Frau keinen Bock mehr? Und dann wird sie vergewaltigt vom Mann. Und dann sagt er aber, wir hatten den Vertrag. Dann ist ja das auch wieder alles hinfällig, oder? Das ist doch alles nicht durchdacht. Die Natur, die lacht uns doch aus. Das ist alles aber nicht mehr normal. Und er feiert das anscheinend auch noch. Also wenn das die Zukunft der Menschheit wird, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das hinführen soll, oder wie dann diese Generation oder diese Zivilisation ausschauen wird. Katastrophe. Das ist natürlich völlig absurd, aber das wäre eigentlich die sicherste Möglichkeit. Nee. Also weil irgendwo, denke ich mir, muss man gesellschaftlich auch so eine gewisse Tür offen lassen, wo man flirten darf oder schauen muss, ob es passt. Vielleicht. Das ist jetzt die einzige normale Frau und die einzige normale Meinung in dem ganzen Beitrag, oder? Vielleicht entwickelt sich was, vielleicht nicht. Also die Grundidee dahinter finde ich gut. Was? Das Lustige ist, die Frauen sagen das vor der Kamera, glauben das wahrscheinlich auch, während sie das sagen. Aber innerlich fühlen sie das gar nicht. Innerlich wollen sie das gar nicht. Und dann fragt man sich immer, warum so Bücher wie Fifty Shades of Grey komplett ausverkauft werden, da wo es ja dann doch etwas anders läuft. Also der Typ ein totaler Narzisst, Control-Freak, der lauter perverse Sachen mit den Frauen macht und da sagt sie dann einfach, ja sie findet es gut, einen Vertrag vorher aufzusetzen. Wer hätte denn Bock, jetzt die zu daten? Also ich auf jeden Fall nicht. So kompliziert, das ganze Denken so kompliziert, da möchtest doch am liebsten gleich schon wieder bei der Tür rausgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich da wirklich mit dem Stift hin setzt und das dann unterschreibt, aber grundsätzlich sowas in die Richtung ist auf jeden Fall denkbar und eine gute Lösung für das Problem. Alter, hey, ich kann nicht mehr. Es ist, glaube ich, schwieriger umzusetzen, dass man da halt vielleicht eine App entwickelt, oder das wäre jetzt mein Vorschlag, dass man vielleicht an eine App denkt oder so, dass man das halt irgendwie so einfach wie möglich macht. Jeder hat heutzutage ein Handy. Ach so, ja, da hast du ein Date und dann, oh, ich habe mein Handy daheim vergessen. Oh ja, dann können wir uns jetzt heute nicht paaren. Das geht nur mit Handy, weil da müssen wir erst einen digitalen Vertrag aufsetzen. Und auf jeden Fall brauchen wir noch das Alkoholmessgerät, weil das ist dann mit der App gekoppelt, am besten per Bluetooth und dass man dann die Frau da im übertragenen Sinn blasen lässt. Ich meine aber jetzt nicht das Blasen, sondern Blasen in den Alkoholtester und dass das dann gleich in der App eingetragen wird. Und dann kann man ja die Rahmenbedingungen abchecken, da können dann alle da ihr Kreuzchen machen und erst dann kommt es zum Akt. Aber was ist, wenn die Frau dann nach fünf Minuten keinen Bock mehr hat? Dann war ja alles umsonst. Oder wenn der Mann sie dann vergewaltigt? Wie ist das dann vor Gericht? Also bei manchen Frauen, da frage ich mich echt, ob die selber wissen, was sie da reden und ob sich die selber zuhören. Papier wäre es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dass man dann halt das irgendwie ein bisschen mehr vereinfacht. Also prinzipiell finde ich die Idee auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Genau und da stehst du dann überall mit deinem Namen drin. Datenschutz ist ja auch so eine Sache. Da heißt es ja immer, ihre Daten sind geschützt. Man hat es ja bei dieser C-Punkt-Pandemie gesehen. Und dann stehst du da die ganze Zeit in der App drin mit deinem vollen Namen und dann sehen irgendwelche Dritte, was du da alles für Sexualpraktiken an den Tag legst, weil du dann alles dokumentierst, wann du mit wem schläfst. Und später gibt es dann höchstwahrscheinlich noch eine Auswertung, gerade wenn es dann um so eine Straftat geht, dann schauen die vielleicht rein, was hat denn der Typ für ein Sexualleben gehabt oder die Frau. Ganz ehrlich, wollt sie das, dass so Hersteller das alles von euch wissen? Dass die genau sehen, wann du mit wem, da steht ja namentlich alles drin. Und dann heißt es ja immer, ihre Daten sind sicher, aber sind die wirklich so sicher, dass da keiner reinschauen kann? Vor allem, wenn es doch einem guten Zweck dient, wenn man doch nachschaut, man hat doch nichts zu verbergen. Und dann sehen die auch ganz genau, mit wem du wann fremdgegangen bist, mit wem du wann geschlafen hast, was du mit demjenigen gemacht hast, ob die alle einverstanden waren, was da vermerkt wurde. Sag mal, Leute, geht's noch? Und so Frauen wie sie, die finden das auch noch gut. Sie findet es gut, dass sie mit dem ganzen Namen dann in dieser App drin steht und dann im Endeffekt einen digitalen Vertrag mit irgendeinem Mann abschließt, der sie dann wegpimpert. Weil das irgendwie ein bisschen mehr vereinfacht. Also prinzipiell finde ich die Idee auf jeden Fall nicht schlecht. Ist doch Wahnsinn, oder? Also wenn wir so weit schon sind, da braucht dich doch gar nichts mehr wundern. Da kommst du doch dann fast mit dem Mist durch, oder? Das sind Studierende. Jetzt kann man sich schon fragen, ob die eigenständig wirklich denken oder ob die Sachen auch wirklich zu Ende denken. Und ob das das Leben sein wird, welches uns glücklich macht. Unsere Umfrage zeigt, ein Nur-Ja-Heißt-Ja-Gesetz könnte auch in Deutschland für mehr Opferschutz sorgen. Mehr Opferschutz. Das ist ja immer das, dass man sowas durchbringt. Die komplette digitale Versklavung. Es geht doch nur um die Opfer, um Opferschutz, um was Gutes. Jetzt weiß ich nicht, ob ich der Einzige bin, der so denkt und das jetzt so versteht. Ob es da vielleicht noch andere auch gibt oder ob ich jetzt der Durchgeknallte bin. Aber zum Schluss noch ein Schmankerl. Das war unter meinem letzten Video. Da ging es ja auch um dieses Sexualstrafrecht. Und da schreibt eine Frau nur mal zur Info. Schaut euch die Gesetze dazu genauer an, vor allem was bei uns als Vergewaltigung gilt. So gesehen könntest du als Mann genauso jede Frau, die dir in den Schritt fasst wegen Vergewaltigung anzeigen. Hey, man kann sich sowas nicht ausdenken, wer sowas schreibt. So, ganz kurze Erklärung. Wie oft passiert es denn den Männern, dass denen eine Frau direkt in den Schritt fasst? Also ich persönlich kann mich auch, wenn ich zum Einkaufen gehe, kaum davor retten, dass da tausend Frauen sind, die mir in den Schritt fassen wollen. Das ist so ein Schwachsinn. Das ist echt Wahnsinn, was ich für Kommentare kriege. Also man kann das nicht mehr ernst nehmen. Vor allem, was ja die nicht verstehen, dass das Thema ja ist mit erfolgreichen Männern. Und dass die Frau diese Männer dann mehr oder weniger bei den Eiern hat. Im übertragenen Sinn. Natürlich würde eine Frau eher sagen, ich habe dann nicht ausdrücklich ja gesagt, um den Mann einfach zu stürzen. Aber welcher Mann hat denn Interesse, dass er eine Frau stürzt? Bestimmt gibt es da ganz wenige Ausnahmen und Fälle. Aber ist es in der Regel so? Höchstwahrscheinlich nicht. Es ist doch wenn, dann immer umgekehrt. Ich habe zum Beispiel auch gelesen bei so Steuerhinterziehungen, dass da dann meistens immer die Ehefrauen sind, die ihre Männer anzeigen. Vielleicht weil der eine andere hatte und so weiter. Aber welcher Mann oder wie viele Männer sollen denn dann im großen Stil die Frauen da verklagen, weil die Frau den Mann irgendwie angefasst haben soll? Und was soll da dabei rauskommen und wem wird man da glauben? Aber so Kommentare, die kennen keine Grenzen. Also da denkst du immer, es geht nicht schlimmer. Und dann gibt es immer wieder eine oder einen, der das Fass einfach zum Überlaufen bringt. Der irgendwie noch eine Stufe härter da reinhaut. Na gut, das soll's aber jetzt für heute gewesen sein. Unterstütz mich mit einem Song-Download, komm in meinen Telegram-Kanal, empfehle das Video weiter, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere mich. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dann, hau rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.